Willkommen zurück zu meinem Part Beldos Gebiet, Nummer 3, und ich spreche gleich mal am Anfang mit Karl. Diese Kontraption ist ein heißes Ticket-Eitem, vielleicht könnte es nicht unser letzte Schrapp sein. Auf der Partie war es ja ein bisschen länger. Ich sollte mich nach den Eltarerns nachdenken. Ich bin weg von meinem Weg, um sicherzustellen, dass sie gut sind. Das lange und kurz ist, dass ich nicht möchte, dass ich meine Hände. Ich lasse sie mit den Nachtmärkten, gleich wie ich hatte. Aber Avernus ist kein Ort für decenter Leute. Ich bin froh, dass sie rauskommen sind. Ich bin froh, dass sie rauskommen sind. Wofür nicht? Zum Stufenhochtig, der will, wie wir den in der Reihe voranbringen. Mal sehen, was er so kann. Zauber erhalten. Schwäche Strahlen, Schwäche entgegen, seine Waffenanflüge, Stärke verwenden wird nur ein halbes, wow, cool, will ich haben. Pakt Vorteil, den Schutzpatronen macht dir ein Geschenk für den Trolldienste. Wieder einen der folgenden Pakt aus. Sein letzter Pakt hat ihm ja das hier beschert. Pakt der Kette, passives Merkmal. Du wünschst einen Vertrauten dazu, einen Fehlengeist, der eine Form einer Wahl ernimmt. Es kann ein Tier oder ein Teufelchen sein. Pakt der Klinge. Du kannst eine Paktwaffe beschwören, wo deine Waffe, die du trägst, binden, wo ich sie magisch wird. Folianten, Schutzpatronen, wirklich flügung. Die Kette brauche ich. Ja, wir können den als Kämpfer brauchen wir nicht, da haben wir schon mindestens zwei. Zauber setzen, das wäre mal spannend. Ja, das hier, das hat gern, das haben wir schon im Team. Dunkelheit, Markus Winstermis, Segen in der Strache, Spiegelbilder, du hast eine Minute lang drehen, wir sind mehrere Duplikate. Das ist nicht schlecht. Nehmbar. Und Stufe 4. Da können wir vielleicht Talent wählen. Zaubertricks. Freude, Magierhand. Und Objekten integrieren kann. Na ja. Und hier, das hier nehmen. Einfache Illusion. Fesseln, bezogen wir uns zweiten Gerades. Schränken die peripherische Sicht an der Keratoren ein, damit sie dich nicht ansieht. Endlicher Tadel. Reagiere auf den nächsten Angreifer mit Flammen, mit zwei bis zwanzig Feuerschaden bewirken. Zerbersten oder auch immer was. Nehmen wir das Talent. Was nehmen wir hier? Marienwitz, Rechsenmeister. Ja, wir wollen den ja, wir wollen den irgendwie jetzt Zauberer dabei haben. Gift verspülen kann schon. Ich glaube, so wurde es ausgesprochen. Knochenkälte irgendwie auf. Kommt es hier sicherer Stark machen wir. Marienwitz, Zauberer haben wir hier. Den Tadel nehmen wir noch mit dazu. Machen wir es so. So, na dann. Ich hoffe, das werden wir nicht bereuen, hier mit einem Um in der Tür zu verstehen. Wir geben ihn. Wir geben ihn. Okay, wir müssen irgendwie, wir müssen uns kommen, um da runter und runter zu kommen, das scheint der einzige Weg zu sein. Wir kommen hier hin, aber das geht nur hier entlang, ob wir da entlang kommen, wir können es versuchen, aber das letzte Mal wurde uns gesagt, das geht durch den Geheimgang. Okay, dann werden wir wohl da lang. Letztes Mal hieß da, der Weg ist zu brutal für uns. Ein falscher Weg. Okay. 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 Ja, das ist der Perch weg. Da kommt es nur längs. Ja, da geht es hoch, leider. Oh, Wurst. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, hier lang zu gehen. Gebirgspass. Das ist der einzige Weg, der hier ins Unterreich führt. Da oben sind wir, glaube ich, wirklich da überfordert. Ich reise durch das Unterreich, das müssen wir jetzt. Vergiss, dass du alles erledigt hast und den nächsten Schritt wachst. Warum das Gebiet, das hier betreten wird, ist für eine Gruppe über Stufe extrem schwierig. Ich hoffe nicht, es ist zu überfordernd. Wir müssen da jetzt hin. Ich meine, ein paar Minutoren habe ich schon bekämpft. Die waren schon heftig. Aber naja. Ich hätte gerufen, dass wir Heilsinn jetzt ins Team bekommen. Aber der wollte auch noch ein wenig. Wir haben uns eine große Unterstützung dabei gewesen. Aber das kommt vorerst mit, wenn wir im Unterreich sind. Dann sagen wir die Sachen in den Kommentaren. Also auf geht's. Ich hoffe, das ist nicht zu idiotisch. Ich werde jetzt selber mal speichern. Und nochmal gespeichert. Ich werde jetzt irgendwo einen Heimgang ins Unterreich geben. Überladen. Fantastisch. Und die waren schon wieder auf der langen Rast mit Carla trägt immer noch den Typen mit sich rum. Ich denke, irgendwann bin ich an. Und irgendwann denke ich mal daran. Ein Wegpunkt entdeckt. Und wir müssen in diese Richtung weiter. Es ist hier sehr schwierig. Warte. Diese Markungen. Tissue-Skripte, die in der Grunde zerbrochen. Eine Kresche muss in dem Tempel hinterher sein werden. Wir müssen dort einmal gehen. Githyanki schreibt. Jedes Wort ist ein Ruhl. Jedes Buch wird gesprochen. Woher weiß ich, dass ich eurem Volk vertrauen kann? Gute Frage. Ich werde uns zu geübender Zeit dort hinführen. Wir müssen zusammenbleiben und wir überleben wollen. Wartet hier auf mich. Ich kehre zurück, wenn ich bereit bin. Genau das. Erstmal Wanderer. Andere Ideen. Das höre ich gern. Wir schocken es nicht, wenn wir nicht zusammenhalten. Kann ich mich darauf verlassen, dass ihr keine Schwierigkeiten mehr macht. Wenn das noch mal passiert, tüte ich euch einfach beide. Ja. Ich werde nicht bemerken, dass die Hälfte der Hälfte der Hälfte der Hälfte. Sie war die Sorte der Streifung. Ich war das Ende davon. Ich wünsche euch, dass du dein Augenblick auf sie verbringst. Das war auch für Novia, dass wir die Hälfte haben. Oh. Ich habe eine Konfession. Ich war zu haste, um dich zu verraten. Ich dachte, dass du wütlich, 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 unimpressivlich bland. Mhm. Mhm. Jetzt? Wichtig. Du hast meinen Respekt gewonnen, und noch mehr. Du hast gewonnen, dass du wütlich bist. Du bist effizient und dominierst. In und aus der Krieg. Du hast gewonnen, dass du wütlichst. 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 Und meine Haare stehen am Ende. Böse Richtung. Du wütlichst. Du wütlichst. Ja, guck mal, was ich hier habe. Die Jypa, die sich tot getötet. Nehme ich so respektiert. Warum seid ihr dann so eine neugelige Kratzbürste? Moment, wollt ihr mit mir etwa anwandeln? Die Anziehung beruht auf gegenseitigen Atleten. Und ihr wisst, wie man mein Herz zum Hämmern kriegt. Wenn ihr es müsst wissen müsst, Vlakith braucht alles von ihren Kindern. Ich kann nicht sagen, wie viele Schmerzen ich geflogen habe. Ich kann nicht measure, wie viel Blut ich in der nicht sterbenden Könige genommen habe. Ich weiß nur Blut roh und Tod schwarze. Ich weiß nur Blut. Ich weiß nur Blut. Und mein Körper ist sterben. Ich bin, was ich muss sein. Ich sage, was ich muss sein. Um, was ich muss sein. Um, 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 alle Schmerzen zu leben. Und alle Schmerzen zu leben. Ah, genug zu sprechen. Ich werde ich spiel. Ich will, um dich zu essen. Vielleicht heute Abend. Vielleicht später. Aber ich will es immer wieder. Du? Ähm. Und mein Schmerz. Die Antwort ist nein. Klar, ich wollte schon mal eine heiße Gefängnis-Freundin haben. Und ich will meinen Körper mit euch teilen. Eigentlich habe ich so andere Larven-Tests. Das ist so ein bisschen, wo ich da nicht so einen Versuch nehmen will. Das versuchen wir aber. Vielleicht gibt es da so zwei heiße Freundinnen, die man da haben kann. Das ist so. Das sagt auch irgendwie gerade nein. Das ist da. Ist man denn beschrieben auf eine, oder? Ähm. Ach, wisst du was. Dodo. Ich werde nicht deine Freundin sein. Aber ich werde deine Lea sein. Ja oder nein? Ähm. Vielleicht eine Nacht später. Ich komme zu deinem Bunk und spiel, was mir ist. Bis diese Nacht kommt. Das wird wild. Das wird eine wilde Nacht. Oh Gott. Ich werde es wieder vergessen haben. Wenn wir dann das nächste Mal am Lager landen, dann... Uff. Ähm. Ähm. Wir laufen da hinten. Leider müssen wir in diese Richtung. Äh. Die Nummer. Die Nummer. Umstrum ist 3. Ich weiß nicht, ob ich da lang will. Bin mir da nicht so sicher. es könnte brutal scheiße werden jetzt das geht noch die sind nicht so viel aus fantastisch wir konnten da auf uns zu 15 jahren sind noch nicht so schwer die kreiber die kreiber denke ich wenn die untoten nicht zu der umgesiegbar werden den brecher immer gezeigt was sie können im ersten schon ausgeschaltet Okay. Die Zwiebelung ist nicht erreichbar, na komm, da geht der Nächste da runter, ja, ich schaffe mal, bin zuversichtlich. Tote Hirte, aber bei den großen, ich weiß nicht. Ah, jetzt kann er mal zeigen, was er kann. Eine Stadel. Zurückgewiesen. Okay, ich bin dran. Ich hoffe, wir können ihn wenigstens besser antun. Jetzt verpöpfern wir alle unsere guten Attacken auf die. Das wäre ich gar nicht so klug, wenn die dann... Okay. Sechs Schaden, okay. Oha. Dem geht es nicht so gut. Der Rest hält noch aus. Aha, das hat nicht so viel gebracht. So. Versuchen wir es mal. Das ist hier in erstaunlich wenig Schaden. Jetzt haben wir wieder so einen Schwächling mit dabei. Okay. Das ist mir nicht gut ausschalten. Na toll. So viel zu. Ich wundere. Okay. Das ist mir nicht sicher. Naja, das sieht nach einem unfair Kampf aus. Die Todessurten sind schon ziemlich... Ach du Scheiße! Das war's mit WEL. Soviel dazu. P-Schlag. Fantastisch. Der ist auch noch stärker. Fantastisch. Ich habe doch gesagt, wir sind hier falsch. Schild viel stark. Nice. Das hier mit runterwerfen, nicht so sehr. Ich bin gespannt, wie wir das hier überleben werden. Fritzschotter. Entgreifen kann ich irgendwie nicht mehr. Warum das nicht? Achso. Wird eingefroren. Was wird denn das, wenn es fett hier ist? Ich schwung von Heap-Nahkampf. Ich glaube, dass wir sonst den mal ausgeschaltet haben. Das hat hier wenig gebraucht. Trittischer Treffer. Das ist immer geil. Gift Schaden. Sieht allgemein gerade nicht mehr so gut aus. Natürlich hat's überliebt. Natürlich hat's überliebt. Und dann haben wir hier ein weniger. Wir machen. 30 Prozent. 30 Prozent. Rausig sieht das nicht aus. Na toll. Vielleicht neue Verschworen. Vielen Dank. Oh Gott. Wir werden nicht heilen. Wir halten uns eine Weile aus, aber... Puh. Wir waren wahrscheinlich nicht schlecht. Das war hier. Ich hätte schon viel schlafen. Ach. Ach. Wir sind nicht schlecht. Mit denen geht's noch richtig gut. Die anderen haben wir irgendwie geschafft. Aber den irgendwie den... Tja. Wir halten den. Wir sind aber doch lieber bei den... Im Groen, der Schluck. Versuch mal was. Soviel dazu. Okay, es geht irgendwie schon. Jetzt geht es allgemein beschissen. Der nächste Tod. Nein, hier kommen wir nicht. Hier kommen wir nicht raus. Schade, schade, schade. Wo war dieser Sprech? Dieser Lagerplatz. Hoffentlich wurde es vor, das war eben im Community Camp. Wir wissen ja wie wir runterkommen. Wir müssen uns nur einfach durch das kommenden Herr durchquetschen. Was ist da? Es wird auch brutal, aber nicht so brutal wie hier. Hoffentlich. Da sind wir einfach noch nicht weit genug für. Das war ein Versuch wert. Aber die Warnung, das war da nicht ganz so. War schon berichtigt. Ich hasse es zu sagen, aber wir müssen noch mal. Ich komme mit dem Camp. Das wird natürlich aus unserem D-Template hier nichts. Aber, nun ja. Ja. Vielleicht kommt das später doch auch noch. Vielleicht kommt das später doch auch noch. Ja, zumindest haben wir es versucht. Zumindest haben wir es versucht, Nummer 2. Mal rein mit uns in die Feste. Ich lasse es nicht ganz so brutal werden. Noch keiner hier. Ah, da kommen sie. Oh, scheiße, Mann. Dieser Kampf. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Sie ist zu weit entfernt. Ach, toll. Zug verschwindet. Ich will. Ich will zu viel schnacken. Ah, geil. Ich bin zu nah. Ich will Ascend. Mein Weg ist wahr. Okay, der geht ja erst hin. Ah, der Träuel. Ich habe ihn vermisst. Wir können hier bleiben, dann können wir die einzelnen Begrüßen hier draußen. Okay. Es ist doch gut, wenn wir hier mal ein bisschen zurückbleiben. Schwächestrahl. Ne, die bohrt den Bromber auf den Träuel, warum man nicht schwächer ist zu strahlen. Und dann bleiben wir erstmal hier. Die sporten jetzt alle erstmal hin hier. Zu Kadach. Ich habe es. Kann ich mal spalten, bitte. Sehr schön. Und dann geht es uns gut. Es ist vielleicht gut, wenn wir hier so einen taktischen Vorteil haben auf der Brücke. Okay. Die Wache läuft hier rum. Das erste Mal getroffen. Okay. Was kann er eigentlich? Das ist ziemlich wenig. Ziemlich wenig. Jetzt versammeln sich die anderen. Okay, Schnach. Sehr schön. Gut, dass die zumindest alle so ein bisschen... Die kleinen Viecher haben alle... Vier... Die haben nicht vier Erfahrungspunkte. Äh, Kraftpunkte. Die hier oben ausschalten. Krieg ist unterbrochen. Das ist schlecht. Einer weniger. Alle inspiriert. Jetzt. Ist die Punkt nicht erreichbar. Na toll. Was mache ich hier? Okay, jetzt können wir ihn treffen. Wenn wir ihn nochmal angreifen. Dann haben wir den Schützen dort oben weg. Ist nicht allzu unpraktisch. Spoten hinter das. Oh verdammt. Und der ist jetzt ein Schuss weiter. Wer will. Noch ein Platz. Jetzt. Wirklich mal ein bisschen weiter weg. Damit wir hier... Lädze durchlassen können. So viele sind es gar nicht mehr. Sehr schön, wie du dich hier bereit stehst. Einfach geschlagen. Oops. Okay. Okay. Wirklich unterbrochen. Nein. Was soll das? Flirschaden. Nein. Das ist nicht so gut. Kritscher treffen. Na toll. Oh Gott. Jetzt steht er direkt vor uns. Okay. Schwäche strahl. Das ist gut, wenn du troll schwach ist. jetzt. Wieder ein Boom-Schutz da oben. Nicht gut. Nice. Äh, was? Mit der Nord 2 zu nehmen oder was? Nichts wichtig ist alles. Ich bin Fury. Ich bin Tod. Ich bin tot. Ich bin tot. Die Jetzt nehmen wir die Drohle zum Schluss. Wahrscheinlich schwach. Fantastisch. Ungültiges Ziel, finde ich geil. Steht dann ziemlich gut. Ich bin getrunken. Holy shit. Oha, ich brauche Heilung auf mich selbst. Ich habe das. Ja. Der Tor ist weg. Sehr schön. Gut für uns. Lampleet. Lampleet. Gut für uns. Gut für uns. Gut für uns. Genau dort wo ich angegriffen werden kann. Genau dort wo ich angegriffen werden kann. Oder nicht. Jetzt sehe ich aber schlafen. Das wird eigentlich nicht. Gut für uns. Wieder einer weniger. Sehr schön. Achso, von dort unten kommt. Die kommen die. Ich dachte dann da oben auf den Turm. Aber der ist tot. Hier ist alles gut. Nur wieder einer weniger. Wir schaffen es hier noch ein. Hey, nun wog ich. Eigentlich dringend auf Karnoff, aber ich muss auch leben. Fehlschnack und die sichere Deckung nicht aufgeben, es macht schon Sinn, dass sie hier bleiben. Sollen die herankommen? Allerdings artet das jetzt in einem Bogen-Schütze im Gefecht aus. Okay, Karnoff, die wäre besser, wenn sie uns näher dran wäre. Jetzt geht es dir dafür gerade nicht gut genug. So, da war es noch einer. Nichts richtig sicher. Oh, so viel für Peace. Ja, toll. So ist die Tat von Smoke. Was ist da aber? Ich bin Fury, ich bin Death. Müsse. Ich bin nicht ganz dabei dran. Wow, nicht schlecht. Wir haben sie besiegt. Er träutet nichts bei sich. Genial. Gut, Rundgult. Sehr schön. Mhm, Fellrüstung. Der steht noch da, ähm, Fellchen, ich muss nicht mitkämpfen. Ich hätte noch gewartet, das ist ein eigener Kampf. Den kriegen wir aber auch noch. Sehr schön. Du kannst die beiden. Das können wir hier gerade mal machen. Sehr schön. Okay, wir haben was im Inventar. So. Fehlrüstung. Gleichgewicht. Du hast einen Bonus auf Geschicklichkeitswürfe. Das wäre doch was für dich, oder nicht? Kleiner Drohnenbild, aber gleichgewicht ist echt schon. Wobei, naja. Initiative wirf, Bonus auf Initiative wirf, ist schon geil. Geschicklichkeitswürfe ist auch geil. Behalten wir erstmal, würde ich sagen. Ja, doch braucht man ein paar Heiltränke. Ich hätte immer noch den Bus bei sich. Jetzt haben wir das Lager hier aufgeräumt. Sofern nicht drinnen wieder Leute nachgekommen sind. Das ist komplett frei. Okay. Ah, okay. Da kommt nach Verstärkung. Also schnell rein hier. Technische Efe haben wir jetzt irgendwie ignoriert, weil wir es nicht gefunden haben. Und dadurch haben wir jetzt schon richtig aufgeräumt. Ist nichts mehr. Ist jetzt unser Zuhause. Ich glaube, hier ging es lang. Wir sollten auch noch dieses Nachtlied finden. Wir sollten auch noch dieses Nachtlied finden. Da geht es runter. Hier müssen wir zum Glück nicht besiegen. Wie toll, da haben wir uns gut gesinnt. Hier geht es hinab. Die finster Welt. Mal schauen, wie lange wir es hier überleben. Auf jeden Fall länger als oben bei den Untoten. Ich habe nie jemanden wie dich gesagt. Ja. Ich habe gesagt, dass ich sie auch noch gerne bewerben. Hast du wirklich? Nein. Reise durch das Unterreich. Was ist hier? Ah ja. Nur Taurus. Der war doch nicht hier, oder? Schnell weiter hier. Und sich halt bringen. Das ist eine Wächterstatue, oder so. Oh je. Ich weiß nicht, ob wir hier sein würden. Das ist eine Wächterstatue. So, da oben hoch sind wir ja schon. Jetzt schauen wir mal in die Richtung dieses Mal. Ich würde jetzt mal vorschlagen. Huh. Lazy. Würdest du in die Liebe auf der ersten Zeit? Ich schaue in die Liebe überhaupt nicht. Oh. Aber ich glaube auch in die karnalige Leidenschaft. Oh. Schönes Gespräch, ein langer Rast, würde ich sagen. Nach dem Kampf gebroben haben wir es nötig. Nach dem vor dem, was uns hier noch erwartet, möglicherweise, bringt nötig. Nichts. Ich werde nicht fehlen. Ich werde nicht fehlen. Ich werde nicht fehlen. Ah, mein guter Freund. Das ist das kürzeste Setup, das du hier hast. Ich werde mir einfach so gut machen. 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 Oh nein. Schattenherz. Taschensiebster, nein. Großartig, nein. Ich werde mich bei dem Blick behalten. Es darf keinen Wetter und Rampf geben. Warum hattet ihr Schmerzen? Ich will über Eure Ehrung für Schar reden. Ich will euch besser kennenlernen Schattenherz und das reden, was uns zu erfahren ist, kommt mit mir. Wie seid ihr gekommen, Schar zu verirren? Erzählt mir etwas über euch, nicht überschaue und schlaue. Nachtorchideen? Zeigt mir mal Nachtorchideen, wenn wir an welchen vorbeikommen. Was ihr wechselt zwischen den Existenz-Ebenen, aber schwimmen könnt ihr nicht. Nur solche Sachen meinte ich, könnt ihr mir sonst noch was erzählen? Zeigt mir Nachtorchideen. Nein, ich kann nicht. Ganz literal, ich meine. Mit meinen Erinnerungen zu verabschieden, kann ich nicht Shars-Sekreten verabschieden. Und ich kann nicht viel von mir selbst erinnern. Wenn ich zu Boulders Gate zurückgehe und Schars-Mission verabschiede, dann werden meine Erinnerungen verabschieden. Die Veränderungen sind unterdrückt, das klingt extrem. Es ist ein aktiver Gesicht, nicht leicht zu verabschieden. Schar wird mich, wenn ich zufrieden bin. Warum hattet ihr Schmerzen? Es ist eine Schmerzen auf meiner Hand. Es ist niemals zu heilig. Und manchmal schafft es eine riesige Schmerz, mich durch mich zu verabschieden. Es ist meine Verabschiedung von Lady Shah. Ich kann sie irgendwie fühlen. Ich will sie irgendwie irgendwie beeinflussen. Ich kann nicht sagen. Nicht mit dem, was ich mich erinnern kann. Aber dann würde ich nicht fragen, dass ich sie will. Lady Shah hat ihre Grunde. Mhm. Es ist schwierig zu sagen. Manchmal fragt mich, ob sie mich beherrschieden, um mich zu verabschieden, um mich zu testen. Aber vielleicht ist es kein von ihnen. Vielleicht ist es komplett random. Ich hoffe, dass es mehr gibt, als das. Eine Art, die Frau Shah wird mir zeigen, wenn die Zeit richtig ist. Bis zum nächsten Mal, alles, was ich kann machen, ist zu verabschieden. Verabschieden? Ja. Ich versuche mein Bestes. Aber die Verabschieden ist in mir. Frau Shah hat es größer Schutz, als irgendwelche Schmerz oder Armut. Es ist weniger schwierig, als man könnte es mir vorstellen, wenn man nicht die Leben ohne es. schmerzen. Schmerzen ist der Schmerz. Schmerzen ist der Schmerz. Schmerzen wird der Schmerz und der Schmerz. Schmerzen wird die Schmerz und der Schmerz der Eier. Schmerzen wird das Schmerzen, Sie können eine große Schmerz ein bisschen zuverhalten, so lange als es bedeutet. Es ist eine große Chance. Ich bin sicher, dass es das bedeutet. Aber bitte versucht zu verstehen, dass es nicht etwas, was ich nur über Freely sprechen kann. Oh, das ist 20. Es klingt nicht gerade ein Land. Schade vielleicht einen schlechten Beruf. Eine Verirrung hat uns zwar verboten. Das lief auch nicht so gut. Das war das 20 und haben es wieder verklappt. Ich glaube, einige würden unsere Aktionen befreien. Goblins würden das ganze Ort auf nichts beurteilen, wenn es nicht für uns wäre. Keine Entschuldigung auf unseren Laurel. Wir haben immer noch unsere eigenen Probleme mit. Ich glaube, ich würde einfach eine andere Möglichkeit haben. Und wenn ich es habe, dann kann ich sie nicht erinnern. Ah, ja. Das ist ein bisschen schade. Der Githyanki ist bereit, das Artefakt, das ich kenne. Ich kann es nicht schaffen, dass es passieren kann. In Wahrheit, niemand von uns kann. Das Ding hat uns irgendwie schädigt. Ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir es verlieren. Entschuldigt. Es gibt nicht viel, was wir tun können, aber aufwärts. Entschuldigt. Ah, ja. Entschuldigt. Wollt ihr zu sprechen? Mit so einer stimulierenden Firma? Nun besser. Okay, vielleicht müssen wir erstmal den Untergrund erkunden. Dann kommt er zu uns ins Team. Schade. Ich versuche mal ein bisschen zu sozialisen. Schade. Herz ist nicht einverstanden. Ah. Das dachte ich mir. Die Hörer Meister wird oder was soll das sein? Die Hörer Meister wird oder was soll das sein? Die Hörer Meister findet unsere eigenen Hörer. Wenn es dieses Pläne erreicht, dann kann es anderen zu erreichen. Was über Streit mit Schattenherz angeht. Es ist vorbei, wo ich mich interessiert bin. Ich werde nicht den Müll der Hörer der Hörer Meisterin behalten. Sie war die Sorge der Streit. Ich war das Ende davon. Das hatten wir schon mal. Wurde man nicht gespeichert. Wurde man nicht gespeichert. Wurde ich mir das nur ein? Oder steht ihr... Seht ihr mich anders an? Ah, dann können wir das mal jetzt durchziehen. Wurde ich. Wurde ich. Ja, das haben wir schon mal gehört heute. Jetzt. Und du bist gar nicht bländ. Du hast selbst selbst genug, ist genug für meine Hörer zu machen. Und meine Haare stehen auf Ende. Wenn du... Blacki... Ich weiß, dass ich... Ich bin... Du? Ich werde nicht... Ja oder nein. Ja. Ähm. Ja. Vielleicht eine Nacht später. Ich komme zu deinem Bank und nehme das, was mir ist. Nachts. Until that night comes. I shall keep enjoying your scent. Aha, da haben wir es wieder. Gut, dann gehen wir schlafen. Ich hoffe, in der Nacht passiert hier nichts. I've come to sate you and be sated. Dachte ich mir. Ich lege. Ich lege. Du folgst. Mhm. Das hat mir anders überlegt. Let's go. Ich hoffe, ich gehe nicht dabei drauf. Das wird jetzt wild. Gif trainiglich. Wir wissen, dass unser Körper ist inside und out. Nein. Ich bin gespannt. Eine wilde Nacht. Ach du Scheiße. Ich zeige dir. Close your eyes. Und submit. Das funktioniert nicht. Ihr gebt euch mir. Die Augen schließen. Du gehst dir hier. Was habt ihr vor? Das geht jetzt los. Ich gehe jetzt mit uns als Kämpfer. Wir versuchen bezaubern. Auf geht's. Das sind 20. Haha, als ob wir die Krieger erfolgreich sind. Wir dominieren. Wobei ja. Wir müssen eventuell ein bisschen sensieren in diesem Part. Ich bin bereit. Mhm. Oha. Ja. Du wachst in Schmerz. Deine Beine, deine Hände, sogar deine Zunge schreit. Es ist Zeit, zu wachsen. Der Schmerz ist über uns. Warte nur einen kleinen Moment. Die Nacht war wundervoll. Ich habe sie sehr genossen. Um es so eigentlich entspannt euch zu passen zu. Natürlich wir brechen am Morgen ein Gorn auf. Natürlich hast du es. Ich bin so großartig im Bett, wie ich auf der Bühne bin. Das ist der Wild. Der Wild. Mit Grimmser, Grimmasse im Gesicht des Hochmuts schneiden. Seid auch ihr zufrieden. Was kommt denn nun für uns? Schmerz abschutten wir nicht erheben. Wir sind nicht aufgeladen nach dieser Rast, oder? Ich bin verleitete das hierzu. Ahem. Hmm. Na ja, das war eine intensive Nacht. Ah, wir sind aufgenommen. Okay, das ist ja. Das ist zu überreden. Ah, wir werden bald wieder auf dem Bett gewinnen und nicht über das, was man mal zu nennen kann. Man kann nicht, und man sollte nicht, was du möchtest. Die Verlust ist nicht so viel meins als deiner. Ah, ja. Ich hoffe ja so ein bisschen auf was anderes zu machen. Es gibt bestimmt auch wilde Szenen. Da kriegen wir vielleicht noch die Möglichkeit. Beziehungssporn. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Oh, da gibt es ein Schwert. Vielleicht können wir das Schwert aus dem Stein ziehen. Stärke der Schwert mit beiden Händen, packen und ziehen. Religion. Es kommt mit mir die Heiligkeit vor, wo die nicht so gut angemessen sein könnte. Ob das mal was wird. Ich akzeptiere den Wurf nicht. Ach, verdammt. Skandalus. So ist es so wahr, tut ihm. Du kannst nicht sagen, was das ist esoterisch. Es gibt zu viele Rituals über die Wurzeln, um zu counten. Nicht das, was sie herausziehen und dann verblucht sind. Sollte vielleicht jemand anderes versuchen. Oha, Bonus. Schaffen wir es diesmal? Nein, natürlich nichts. Das ist esoterisch. Es gibt zu viele Rituals über die Wurzeln, um zu counten. Oh, verdammt. Was ist esoterisch? Na komm... Kraft müsste ich doch wohl hier haben. Es wäre lächerlich, wenn wir jetzt hier verkacken würden. Stärke Wurf. Deprimierend. Ähm Wollen wir es nochmal versuchen? Das ist ja deprimierend Einen silten Vigil Na komm Sachen Es gibt es doch nicht Wir flürzen Das gibt es doch nicht Einer von denen muss doch jetzt das Schwert rausziehen können Ich glaube es nicht Wie im Freizeitpark Ich habe es glaube ich noch nicht versucht das rauszuziehen Das würde ich nicht machen können Oh Gott Nehmen wir auch nicht Verdammte Schmerz Ich glaube so eine Demütigung für die Barbarin Sagen nicht will, schaff das jetzt Die Region könnte er tatsächlich schaffen Er ist nicht dein erstes Spiel oder? Verdammte 15 So oft wie wir hier schon gewollt haben Ich kann nichts daran erinnern Das ist esoterisch Es gibt zu viele Rituale über Schmerzen um zu counten DEPRÄMIENT 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 Was machen wir denn hier? Was geschieht hier? Oh, 87. Oh, geil. Happy Fight. Ich glaube, seine Angriffe sind nicht zu extrem. Obwohl, dann haben wir das Schwert nicht gespeichert. Komm, wir können es nochmal versuchen. Nächste Part. Fehlschlag. Oh Gott. Fehlschlag. Oh, toll. Wie ich sehe, seine Angriff. Aber nicht so schlecht. Oh Gott. Oh Gott. Wie ich sehe, seine Angriff. Es ist schnarchslösisch, es ist eigentlich keine Angriff. Ich bin nicht 4. die Hunde in der Hand hat. Die Hunde in der Hand hat. Auch hier. Ich habe ihn zurückgezogen. Ich bin kein Thema. Das ist die Hunde in der Hand hol. Jetzt ab. Das vergeht sich wieder. Das ist nicht so schön. Ich hoffe, wir haben noch genug lange Vorräte. Auch jetzt mal eine lange Rast. Und zwar schnell. Und dann machen wir hier diesen Überlänge-Port zu Ende. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Wird noch spannend in dieser Röbe. Im Untergrund. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017